1, 2, 3, 4 Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Heute gibt es von mir einen etwas anderen Podcast, denn, meine Hörerinnen und Hörer, ihr werdet es wissen, ich habe in den letzten Jahren eine Fernuni besucht, beziehungsweise eigentlich eine normale Uni, die aber auch ein Fernstudienprogramm anbietet. Es ist die Hochschule Koblenz, genauer gesagt der Rhein-Ahr-Campus. Hier habe ich meinen Master of Business Administration gemacht, auch mit Erfolg abgeschlossen, letztes Jahr im Sommer. Das Ganze hat mir so gut gefallen, dass ich die Uni angeschrieben habe und gefragt habe, wollen wir denn nicht einfach einen Podcast mal zusammen machen und über meine Zeit am Rhein-Ahr-Campus sprechen. Ja, hieß es von beiden Seiten, also machen wir heute den Service-Podcast, denn ich wurde auch schon das ein oder andere Mal über LinkedIn angefragt, wie denn so meine Zeit beim Rhein-Ahr-Campus war, weil die Herren und Damen gefragt hatten, weil sie denn auch da die Fernuni mal besuchen wollten. Also drehen wir heute den Spieß einmal rum. Ich habe nämlich heute zu Gast Prof. Dr. Thomas Mühlenkort und Ruth Kühlshammer vom Rhein-Ahr-Campus und die werden mir heute Fragen stellen, wie denn meine Zeit so war. Ich bin also Gast in meinem eigenen Podcast. Aber jetzt erst mal Frau Kühlshammer und Herr Prof. Dr. Mühlenkort, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um heute bei mir im Podcast zu sein. Stellen Sie sich gern einmal vor. Ja, danke schön, Herr Gründling, für das interessante Format. Mein Name ist, wie gesagt, hatten Sie ja schon, Thomas Mühlenkort. Ich bin Mitglied der MBA Studienangeleitung. Der MBA ist angesiedelt am Rhein-Ahr-Campus Rehmagen der Hochschule Koblenz. Ja, ein paar Fragen habe ich an Sie. Und jetzt will ich aber gerne nochmal, dass meine Mitarbeiterin sich vorstellt. Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite. Mein Name ist Ruth Kühlshammer. Ich bin Teamleiterin im MBA Fernstudienprogramm und freue mich über das Format und über den Austausch heute. Dann fangen wir doch jetzt mal an mit dem Spieß rumdrehen. Ich bin jetzt Gast und Sie sind die Hosts. Und viel Spaß. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Ich habe keine Ahnung. Ja, die erste Frage muss man einfach stellen. Das gehört dazu, was uns interessiert. Was waren denn Ihre persönlichen Motive, überhaupt sich so ein berufsbegleitendes Studium anzutun, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist ja zeitlich schon auch aufwendig. Das muss man einfach so sagen. Das Lustige ist, ich wusste, worauf ich mich einlasse, weil ich meinen Bachelor schon im Fernstudienformat gemacht hatte. Und das war eigentlich so, dass ich im öffentlichen Dienst gelernt hatte. Und ich muss es so krass sagen, es tut mir wirklich leid an jeden Ex-Kollegen. Es war dann am Ende sehr langweilig nach der Ausbildung. Und ich habe etwas gesucht, wo ich dann quasi mich weiterbilden konnte. Ich war so ein kleiner Weiterbildungsjunkie und wollte eigentlich immer was Neues lernen. Und da habe ich dann damals erst meinen staatlich geprüften Betriebswirt auch in Teilzeit angefangen. Danach habe ich weitergemacht mit dem Bachelor. Und dann dachte ich trotzdem mit Bachelor, das kann nicht alles sein. Da gibt es eigentlich noch den Master. Also wenn ihr schon einen Bachelor habt, dann mache ich noch einen Master obendrauf. Und die Uni, wo ich damals meinen Bachelor gemacht habe, da gab es nicht so das passende Format für mich, weil da gab es nicht so den passenden Schwerpunkt. Ich wollte eigentlich schon einen Marketing-Schwerpunkt. Habe aber das Ganze schon irgendwo ad acta gelegt. Und eine gute Freundin von meinem besten Kumpel und mir kam auf uns zu und hat gesagt, hier, ich habe eine Uni gefunden. Die bietet MBA an mit Schwerpunkten, genau die Schwerpunkte, die ihr sucht. Mein bester Kumpel hatte Public Administration, ich Marketing-Management. und da haben wir gesagt, das gucken wir uns an. Und dann haben wir so geguckt und haben gesagt, hey, das können wir eigentlich noch machen. Wir sind noch jung, wir waren damals noch unter 30. Und haben gesagt, das machen wir. Warum eigentlich nicht? Ja, Weiterbildung ist immer gut. Am Ende hast du noch den MBA in der Tasche. Kannst dich dann Master of Business Administration nennen. Das geben wir einfach an, das macht uns Spaß. Und wir haben eh irgendwas gesucht, wo wir uns noch weiterbilden konnten. Und da haben wir das dann einfach angefangen. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Taktik, sich da zusammenzutun und sich Verbündete zu suchen. Das höre ich immer wieder, dass das auch so erfolgreiche Teams dann durch das Studium gehen. Das führt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Haben Sie die Präsenzveranstaltungen, also auch das Vorortsein, das Lernen an der Hochschule trotz Fernstudium auch genutzt? Ja, ja, also das sollte man auch. Man kriegt zwar wirklich einen ganzen Quellekatalog voll Fernstudienbriefe. Die sind wirklich gut. Man muss aber auch diese Präsenzveranstaltung benutzen, weil es ist auch so ein Community-Gedanke, so ein Netzwerk-Gedanke. Man tauscht sich da ja mit den anderen Kommilitonen aus. Man tauscht sich mit den Professoren aus. Man tauscht sich mit den Dozenten aus. Man geht zusammen in die Mensa was essen. Es war natürlich ein abwechslungsreiches Studium, weil wir sind ja dann in die Corona-Zeit geschlittert. Da gab es es ja dann leider nicht mehr mit Präsenzveranstaltungen. Aber das erste Semester war dann ja noch in Präsenz. Und die ersten beiden Präsenzveranstaltungen, wie könnte ich die vergessen? Soll ich nochmal ausholen, warum? Ja, gerne. Also die erste Veranstaltung, wenn er es hört, bitte nicht übel nehmen, bitte mit Humor nehmen, aber er weiß glaube ich auch selber, dass er es mit Humor nehmen kann, war bei Herrn Professor Matthias Graumann. Und wer diesen Mann erlebt hat, der kommt mit Sicherheit durchs Studium, weil er hat das einfach, er hat das mit einem Witz gemacht, er hat das mit einem Humor, mit einer Flexibilität, aber auch mit der gewissen Ernsthaftigkeit gemacht, diese Präsenzveranstaltung. Da kommt man nicht anders. Also man musste mitlachen. Also man hat gar nicht über ihn gelacht, man hat mit ihm gelacht, weil er es einfach sowas von lustig, aber auch gleichzeitig lehrreich rübergebracht hat. Das bleibt einem echt im Gedächtnis. Also er hat dann immer irgendwann gesagt, ey Bruder, was willst du da machen? Ja, da kannst du nichts machen. Das ist halt so die rheinische Frohnatur, die er hat. Und hat dann irgendwann auch gesagt, ja, was soll ich da machen? Können diese Augen lügen? Können diese Schuhe betrügen? Was soll ich da tun? Und allein schon diese Mimik, diese Gestik, die der dann doch an den Tag legt, ey, das war einfach nur grandios. Und die zweite Präsenzveranstaltung war bei Herrn Professor Sell. Das war so das etwas andere Extrem, weil zumindest in meiner Warte ich mich dann auch noch mit ihm etwas angelegt hatte bezüglich einer kleinen Aufgabe, die er uns damals gestellt hatte. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, worum es ging, aber ich weiß noch, dass wir da so einen kleinen Disput hatten. Und ich dann noch im Auto saß bei meinem besten Kumpel, weil wir uns da in der Fahrgemeinschaft abgewechselt haben. Ich so, ey, hoffentlich lässt er mich nicht durchfallen durch die Prüfung. Hoffentlich lässt er mich nicht durchfallen. Mein bester Kumpel ist durchgefallen. Beim ersten Mal, ich nicht. Aber ihn dann auch hinterher zu sehen, ich habe ihn letztes Jahr im Fernsehen gesehen dann, den Herrn Professor Sell, und zwar bei Team Wallraff als Experte. Und da habe ich dann auch abends mit meinem Kumpel geschrieben, ich so, sag mal, guck mal, gerade RTL. Du kennst den doch. Und der so, ja, das ist Herr Professor Sell. Und ich so, oh, guck an. Ja, also das waren die ersten beiden Veranstaltungen, die wir da hatten im ersten Semester. Und die waren schon prägend. Aber ich sage ja, wer Herrn Matthias Graumann erlebt hat, überlebt hat, der kann das ganze Studium durchziehen. Man muss ja vielleicht dazu ergänzen, dass Herr Graumann ja ein relativ trockenes Fachdienst lehrt. Das war ja, glaube ich, Controlling bei ihm. Ja, also, ja. Genau, das ist Controlling, Kostenrechnung. Genau. Das ist ja nicht unbedingt das, was einen so als Basiswissen euphorisiert meistens. Aber dieses trockene Thema, so nass rüberzubringen, das ist eine Kunst. Und die beherrscht er eigentlich par excellence, muss man dazu sagen. Also, das war echt eine prägende Hausnummer. Ich würde gerne nochmal auf die, die haben ja selber gesagt, Sie sind ja quasi in diese Corona-Phase hineingeschlittert. Was meinen Sie, was hat sich da so verändert? Gibt es da nur Negatives oder auch Positives? Weil wir haben, das sollte ich vielleicht noch ergänzen, das können Sie sich ja vorstellen, die Studierenden, die das jetzt so erlebt haben, die haben teilweise jetzt im Nachgang sehr differenzierte Sichten auf das Thema. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber wie war das für Sie? Ja, es ist sowohl als auch. Also, ich sage da dann ganz gerne, es kommt darauf an, wie man es sieht. Also, wir sind ja erstes Semester gewesen. Da sind wir immer hingefahren. Wir sind auch zu den Klausuren gefahren. Da einmal hat sich dann trotz Navigationssystem am besten Kumpel verfahren. Dann standen wir fulminat im Stau und wir hatten irgendwie Schiss, dass wir dann auch die Klausur erreichen. Zum Glück haben wir es getan, pünktlich. Irgendwie zehn Minuten, bevor es losging, sind wir dann dahin gehetzt. Da hast du dann natürlich den Vorteil, wenn das dann online ist, man ist zu Hause, man hat den ganzen Fahrtstress nicht, man hat diesen eventuellen Stau nicht, man hat die Rückreise nicht, man kommt nicht abgehetzt ins Audimax und guckt, dass man dann noch irgendwie die Klausur hinkriegt. Man ist daheim vor dem Rechner, man lockt sich ein und man schreibt die Klausur. Also, man druckt die sich aus, wenn und dann schreibt man dann die Klausur und lädt die ganze im OLED-System hoch. Das war schon sehr, sehr bequem und sehr, sehr angenehm. Was allerdings dann auch negativ war, das ist einfach dieser Austauschgedanke, der ja dann nicht mehr stattfindet. Man kann nicht einfach mal mit den Kommilitonen oder mit den Professoren in den Pausen sprechen. Es sei denn, man hat noch eine Skype-Gruppe, wo man dann noch was besprechen kann. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann ist man trotzdem isoliert. Und das ist dann so ein Gedanke, der dann sehr mühselig ist irgendwann, weil man tauscht sich normalerweise aus in den Pausen davor, danach, geht vielleicht noch mal was essen. Wir haben auch immer gesagt, mein bester Kumpel und ich komme, wir gehen noch mal mit ein paar Leuten was essen danach. Das ist ja dann einfach nicht mehr gegangen, weil man einfach nicht mehr vor Ort war. Und da hat halt dann einfach der Austausch gefehlt. Und am Anfang ist aber, glaube ich, nicht die Schuld der Hochschule gewesen, sondern wir wurden ja alle etwas überrumpelt von der Situation. Am Anfang lief das Ganze ja dann ein bisschen holprig los. Man ist ja dann zuerst auf, wie heißt es gegangen, auf die deutsche Version, nicht auf Zoom, sondern erst auf das andere Programm. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr, wie es hieß. Und das war sehr kompliziert. Man musste sich da noch ein Tool runterladen. Dann konnte man da irgendwie rein. Dann wussten natürlich die Dozenten nicht, wie funktioniert das. Ich meine, klar, wir wussten alle nicht, wie es geht. Und dann nach der ersten Session sind wir dann alle, glaube ich, auf Zoom gestiegen, weil ja Zoom dann auch noch ein bisschen was am Datenschutz geändert hat und dann EU-Server aufgemacht hat und so weiter. Und Zoom war ja dann schon ein bisschen einfacher. Und ein paar Professorinnen und Professoren beziehungsweise Dozentinnen und Dozenten haben ja dann wohl, so wurde mir zugetragen, einen Kurs absolviert, wie macht man das Ganze online. Weil online ist es ja schon was anderes, ob man da jetzt wirklich dreieinhalb Stunden Frontalbeschallung macht oder man ist in einem Raum und macht das dann im Präsenz. Und da gab es natürlich manche negativen Erfahrungen mit, man hat da dreieinhalb Stunden Frontalbeschallung, man kann aber so lange die Kopfhörer nicht auf dem Ohr haben. Und da gibt es manche Professorinnen und Professoren, die haben das einfach anders gemacht, weil sie eine Taktik gemacht haben, wo man dann noch in Gruppenräumen, das kann man ja dann in Zoom einstellen, wo man sich dann noch austauschen kann, mal so 10, 20 Minuten. Und das war dann halt auch schon wieder was Positives. Also mit der Zeit wurde es immer positive, aber da wurde man auch immer routinierter. Also es gibt positive und negative Aspekte wohl bei der Corona-Sache, wie es damals war. Also positiv war wirklich, man hat den Fahrtstress nicht mehr, negativ war, man hat halt den Austauschgedanken nicht mehr. Also so und so. Also ich erinnere mich auch noch an die Zeit zurück und muss da immer wieder drüber schmunzeln, weil wir wirklich am Anfang gedacht haben, ja, wir verschieben die Klausuren, äh, nicht die Klausuren, sondern die Veranstaltungen, wir verschieben das einfach um zwei Monate und haben das dann ja wirklich versucht und die Veranstaltungen einfach im Semester weiter nach hinten zu verschieben. Und wenn ich jetzt so darauf zurückdenke, wie naiv das alles war, ja, und wie lange das dann letztendlich alles gedauert hat und wie nachhaltig dadurch auch einfach die Veränderungen sind, die daraus auch zurückbleiben. Für uns im Fernstudium, ganz ehrlich, haben wir riesige Sprünge dadurch gemacht. Also wir haben uns wirklich enorm weiterentwickeln können. Wie Sie schon gesagt haben, die Dozentinnen und Dozenten haben gelernt, mit diesen ganzen elektronischen Dingen umzugehen. Uns wurde auch Zoom zur Verfügung gestellt, was vorher eben auch nicht da war. Wir können jetzt Kolloquien beispielsweise weiterhin über Zoom durchführen. Also es sind sehr, sehr viele Erleichterungen, die jetzt auch bleiben. Und das ist für uns sehr viel wert auch. Ich glaube, wir haben jetzt auch wirklich durch Corona echtes Blended Learning Programm. Genau. Das vorher, muss man ja sagen, das war klassisch Fernlehrbriefe. Das ist das alte Fernuni-Hagen-Modell, ergänzt um vier, fünf Präsenz-Samstage im Semester plus Präsenz-Klausuren. Dann gab es noch den einen oder anderen Podcast dazu. Aber was jetzt noch zusätzlich entstanden ist, an Videocasts, an Selbstlern-Tools. Da war Corona schon für uns so ein Beschleuniger. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das wurde ja zu Anfangs, das ist zumindest meine Wahrnehmung, dann eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. In OLAT konnte man zwar sich Klausuren angucken, alte Klausuren angucken. Man hat da so ein paar Lernaufgaben gekriegt. Aber das war es dann auch. Wer wirklich da eine Koryphäe war, da komme ich wieder auf den Matthias Graumann zu sprechen, der hat ja da schon alles hochgeladen gehabt. Der hatte Podcasts, der hatte Videoformate, der hatte Umfragen, er hatte allen Furz und Feuerstein. Was OLAT hergibt, hatte er schon ausgereizt. Und da sind halt die anderen Dozentinnen und Dozenten, sind ja dann nachgerückt am Ende und haben dann auch wirklich noch Podcasts reingestellt und Videos reingestellt und da eine Session reingestellt und da ein Videomaterial reingestellt und YouTube-Videos. Zum Verlinken, guckt euch mal das an, macht mal dies, macht mal das. Das war so ein richtiger Booster dann am Ende, weil dann wurde es richtig interaktiv. Weil man kann ja damit, mit OLAT kann man auch chatten und das haben wir dann auch getan untereinander und haben so ein bisschen dann nebenher noch gechattet, obwohl wir uns die Videos angeguckt haben, dies und das. Das war dann schon richtig, da war Corona ein Beschleuniger. So blöd, wie es sich anhört. Wie haben Sie denn, das würde mich auch interessieren, jeder hat ja so seine eigenen Lernstrategien. Wie haben Sie denn so Ihre Lernzeit verteilt? Also man lernt ja eigentlich nicht gleichmäßig in der Regel, oder? Nee, kann man glaube ich auch gar nicht. Je nachdem, weil wir ja alle noch nebenher arbeiten, muss man immer gucken, wie findet man denn freie Zeit. Und das war eigentlich bei mir so, die ersten zwei Semester waren eigentlich die härtesten, weil es waren die meisten Lehrbriefe. Da kriegt man so einen ganzen Karton, den kriegt man kaum irgendwie über die Türschwelle geschleppt. So viel Papier ist das. Und dann fängt man an zu lesen. Also so habe ich es zumindest gemacht. Ich habe mir jeden Abend, außer einen Tag in der Woche, das war meistens ein Samstagabend, habe ich mir aber wirklich jeden Abend in der Woche ein Kapitel vorgenommen. Und den habe ich dann auch immer straight durchgelesen. Also ich bin so ein Mensch, ich hasse es in Büchern, in Zeitschriften, in irgendwas reinzuskribbeln, mit Textmarker irgendwas zu machen. Bin ich nicht für. Da hat ja jeder seine eigene Methode. Ich habe wirklich immer ein Kapitel gelesen, habe dann da das Lesezeichen rein, habe dann am nächsten Tag weitergelesen. Und da bin ich eigentlich ganz gut mitgefahren. Wenn man das kontinuierlich macht und dann vor der Klausur noch die Übungsaufgaben dann einmal durchgeht, das haben wir dann auch immer in Gruppen gemacht und haben uns dann immer gegenseitig kontrolliert, das sollte man auch machen. Also wie Sie auch schon gesagt haben, Frau Kühlzimmer, man sollte da nicht alleine, glaube ich, durchgehen, sondern man sollte da in einer Gruppe durchgehen, jetzt nicht bei der Klausur, aber zumindest bei den Übungsaufgaben und sich da gegenseitig kontrollieren, Feedback einholen, wo könnte man sich verbessern. Und das haben wir auch getan. Und so habe ich zumindest auch relativ gut gelernt. Ja, und da muss jeder so seinen eigenen Weg auch finden. Und das ist auch das, was wir immer wieder hören. Das erste und zweite Semester ist die härteste Phase. Sie hatten ja jetzt schon den Vorteil, dass Sie schon Fernstudium-Erfahrung hatten. Auf der einen Seite das Erststudium als Fernstudium. Wir haben ja auch Studienanfängerinnen, die tatsächlich ohne Erststudium kommen. Also für die ist es das erste Mal, dass sie überhaupt studieren. Und dann noch zusätzlich das Fernstudienformat, was dann schon eben im ersten und zweiten Semester auch eine große Herausforderung ist, das überhaupt in die ganzen anderen Themen und Verpflichtungen, die man hat, irgendwo noch unterzubringen. Und da findet auch jeder seinen eigenen Weg. Also ich hatte einmal einen Absolvent, der mir gesagt hat, er hat sich während der ganzen Zeit einfach wirklich jeden Samstag geblockt. Er hat nichts anderes verändert an seinem Leben, außer Samstag war Studium. Und das hat mich auch beeindruckt, weil es einfach so unterschiedliche Wege gibt, sich Zeit frei zu machen dafür. Und ich glaube, wichtig ist dabei einfach, dass man für sich einen Weg findet, der eben zu einem selber passt, aber den man auch irgendwo durchhalten kann, ja, so über eine längere Zeit. Also dass man sich nicht komplett aufzehrt, in der Masse verliert, sondern dass man eben einen Weg sucht, um damit auch umzugehen und zielorientiert irgendwie dann sich auf die Prüfung ja letztendlich vorbereitet. Darum geht es ja am Ende. Also die, die mich kontaktiert haben auf LinkedIn, ich habe da mit denen telefoniert, wir haben wirklich lange Telefonate geführt, die gingen so ein, zwei Stunden. Und die haben beide eigentlich gesagt, ja, ich stelle mir das so einfach vor. Und da habe ich gesagt, und das sage ich jetzt auch jedem, der den Podcast hört und der eventuell so ein Studio machen will, Leute, so einfach ist es nicht. Es ist ein Einschnitt. Es ist Zeit, die man sich abzwacken muss. Entweder der Arbeitgeber macht es mit und stellt einen dafür in irgendeiner gewissen Stundenanzahl frei oder aber man macht es wirklich in seiner Freizeit, in seiner privaten Freizeit. Und die ist, wenn man Vollzeit arbeitet, gar nicht mal so groß, wie man denkt, weil man muss ja auch noch irgendwann mal essen, schlafen, ab und zu vielleicht mal aufs Klo gehen und dann hat man eventuell noch Familie. Also es ist schwierig und die Lehrbriefe sind nicht unanspruchsvoll und das sollen sie ja auch sein, weil es ist ja kein Puddingstudium, sondern es ist ja schon etwas, was man am Ende in der Hand hat. Und da kann ich wirklich nur jedem sagen, sehr reflektiert Gedanken machen, kann ich das zeitlich stemmen, weil, also mein Anspruch ist es nicht, wenn jemand den Anspruch hat, vier gewinnt, bitteschön. Meiner war es nie. Es ist schon Zeit, die man investiert. Wie gesagt, bei mir war es wirklich täglich außer Samstags eine Stunde, die ich mir wirklich fest vorgenommen habe, zu lesen. Natürlich war ich ab und zu mal fertig mit dem Planeten, natürlich habe ich ein, zwei Mal schleifen lassen, natürlich bin ich ein, zwei Mal eingeschlafen bei den Lehrbriefen, so mit dem Kopf auf dem Brief. Es ist halt nun mal so. Aber man muss da einen Weg finden, dieses anspruchsvolle Studium, was es am Ende ist, durchzuziehen. Und wenn man sich dem Ganzen nährt und wenn man sich das begreiflich macht, dass es dann doch etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als, naja, das kriege ich schon hin, drei Stunden in der Woche, dann kriegt man das auch gut hin. Es ist halt zeitintensiv. Aber dem muss man sich einfach bewusst werden. Und es gibt viele, und das habe ich erlebt, die sind sich dessen nicht bewusst gewesen. Aber das muss man sich halt bewusst sein. Es ist nichts Negatives, um Gottes Willen. Ja, weil das führt ja letztendlich dann auch zu Stress, wenn man dann merkt, okay, ich habe das jetzt angefangen, so halbherzig vielleicht auch, weil ich irgendwie jetzt einfach dachte, ich möchte noch mal was machen. Und dann führt das zu Stress und am Schluss ja auch zu, kann ja auch zu einem Abbruch führen. Das ist für beide Seiten, das ist für uns, ja, nicht das, was wir wollen. Es ist einfach schade für beide Seiten. Ja, absolut. Und eine Erfahrung, die man eigentlich auch so ja nicht braucht, und insofern, genau, ist es wichtig, dass man eben auch vorher sich mit diesen Dingen beschäftigt. Ich denke, da gibt es eine Vielzahl von Informationen, dass es auch natürlich wieder so ein bisschen, immer wieder begegnet mir das in dem Kontext, dass man einfach überlegen muss, in der Vielzahl der Angebote oder der Informationen, wie filtere ich das für mich, damit ich möglichst schnell im Grunde auf das Wesentliche komme, auch wenn man sich den Weiterbildungsmarkt anschaut, ja, der ist so vielfältig, da gibt es ein Riesenangebot und letztendlich so ein bisschen die Frage, ja, die Interessenten, Interessenten beschäftigen sich ja genau damit. Warum soll ich zum Rhein-Ahr-Campus gehen? Es gibt ja auch irgendwelche anderen Online-Studiengänge, wo es vielleicht leichter geht. Es gibt ja ganz viele, es gibt die Großen, es gibt die ILS, es gibt die SGD, es gibt die Euro-FH. Warum soll ich also zum Rhein-Ahr-Campus gehen? Der ist etwas unbekannter, der ist etwas kleiner, da kennt man ja sogar noch eher die Fernuni Hagen. Ich kannte nämlich vorher den Rhein-Ahr-Campus auch nicht, muss ich sagen. Der ausschlaggebende Punkt eigentlich bei mir, warum ich gesagt habe, ich gehe zum Rhein-Ahr-Campus oder mein bester Kumpel und ich, wir gehen beide dahin, war wegen den Schwerpunkten, weil die Schwerpunkte gepasst haben. Bei ihm war es Public Administration, was da neu rauskam, bei mir war es Marketingmanagement, die gab es oder gibt es so nicht auf dem Markt, zumindest habe ich sie nicht gefunden und da war wirklich der Rhein-Ahr-Campus der einzige Campus, der das angeboten hat, MBA mit dem jeweiligen Schwerpunkt und da habe ich dann gesagt, das mache ich, weil mir auch dann die Unterthemen innerhalb des Marketingmanagement- Schwerpunktes der beiden Semester, dritte und vierte Semester, mir extrem gut gefallen haben, allein vom Wording her, allein vom Aufbau her, ohne die Fernlehrbriefe gesehen zu haben in dem Moment und da habe ich dann gesagt, okay, das machen wir, weil, wenn man mal guckt, bei den ganzen Großen, was es dann am Ende bringt und was dann wirklich bei einer Universität das Ganze bringt, das ist dann immer noch mal ein, ja, so ein Switch, ne, also ich lebe in der Meinung, dass mir ein Studium bei den großen Anbietern nicht so viel bringt, wie jetzt bei einer wirklichen Uni, ja, wo ja auch noch ein Campus und eine Mensa und was nicht alles dabei ist, wo Präsenz eigentlich groß geschrieben wird, aber es nur noch ein Zusatzmodul oder, ja, ein Zusatzangebot ist, das Ganze auch in Fernlehre machen zu können und da ist eigentlich die große Stärke, ja, das da machen zu können, weil auch die Professoren sind ganz anders eingestellt, die ganze Hochschule ist ganz anders eingestellt und das war eigentlich sehr, sehr positiv, ja, trotz dessen, dass es Fernlehrbriefe sind, die natürlich auch ständig aktualisiert gehören, war es ein sehr, ähm, aktuelles Studium, ja, und das war eigentlich so auch ein ausschlaggebender Punkt am Ende. Das heißt, Sie sind also im Wesentlichen dann ja auch über Internetrecherche auf uns gestoßen, das ist ja eigentlich... Also, meine, äh, gute Freundin, die uns das vermittelt hat, ja, sie wollte eigentlich mitmachen, am Ende hat sie nicht mitgemacht. Empfehlung, ja. Es war am Ende eine Empfehlung von ihr, ja, weil sie hat das im Internet rausgefunden und wir haben uns das angeguckt und haben gesagt, komm, wir gehen mal auf die Infoveranstaltung, die war am 8. Dezember, so, habe ich vergessen, 2019, kann sein, und, äh, da sind wir da hingefahren und haben uns das angeguckt und, äh, das Besondere war, äh, wir haben uns das alles angesehen, da gab es dann auch die PowerPoint-Slides, wir haben geguckt, was kostet das Ganze, was bringt uns das Ganze, was haben wir am Ende davon, wie lang dauert es, et cetera, et cetera, und dann konnten wir aber alle in eine Präsenzveranstaltung reinschnuppern und ich hatte das Glück, dass ich in eine Marketingveranstaltung von der Frau Professor Dr. Krautkrämer Merkt rein konnte und sie hat ja gerade, ich weiß schon gar nicht mehr, was sie erklärt hat, aber sie hat irgendwas, äh, an die Tafel gemalt und ich, so direkt, wie ich halt nun mal bin, habe erstmal die Hand gehoben und dann haben wir da mal kurz fünf Minuten drüber diskutiert und das war schon eine sehr, es waren sehr prägende fünf Minuten und am Ende habe ich ja dann auch noch bei Frau Krautkrämer Merkt dann meine Masterthesis geschrieben, eben weil das so, schon am Anfang so prägend war und ich wusste, sie kommt dann im dritten Semester und das war schon eine sehr, sehr coole, coole Erfahrung da, zumindest mal, auch wenn es nur am Ende eine halbe Stunde war, da aber mal reinzuschnuppern, wie sieht denn so eine Präsenzveranstaltung aus, wie lehrreich ist die denn und wenn allein schon die erste halbe Stunde für mich persönlich sehr lehrreich war, ja, warum soll ich das nicht tun, ja, und das war schon, war schon sehr, sehr cool. Wie haben Sie denn das Schreiben der Abschlussarbeit, Neudeutsch-Thesis so empfunden, das ist ja schon ein größeres Werk, mit dem man sich beschäftigt. Im Bachelor-Programmen ist es ja mittlerweile eigentlich nur noch eine bessere Hausarbeit, im Masterstudiengängen ist es schon noch eine klassische Diplomarbeit, muss man schon sagen. Ja, also es ist schon, es war trotzdem, es war was anderes, ich habe es mir anders vorgestellt und dann kam Masterthesis, schreib mal und wir hatten ja erst, ich hätte es eigentlich nicht gebraucht, aber ich habe es für meinen Kumpel getan, da hat man ja noch dieses Zusatzmodul, was man buchen kann, wissenschaftliches Schreiben, das haben wir beide besucht, dazu kommen wir vielleicht noch später, weil da sage ich ganz ehrlich, da hätte es auch ein Buch getan dann am Ende, aber es ist ein ganz anderes Schreiben dann nochmal, es ist ein ganz anderes Recherchieren und dann hatten wir ja wirklich diese Besonderheit, Corona, die ganzen Bibliotheken waren zu, man hat ja kaum Bücher gekriegt, zum Glück gibt es dann die ganzen Online-Bibliotheken, da kriegt man ja auch vom Rhein-Ahr-Campus-Zugang zum Beispiel zum Springer Verlag, wo man da wirklich die ganzen Bücher einmal bekommt und dann sucht man sich ein Thema aus und dann muss man gucken, ein Thema, was man so noch nicht kennt, wo man dann irgendwie neues Wissen generiert, da hat man schon mal Gehirnschmalz reingesteckt, das war schwieriger als gedacht und dann hatte ich ein Thema und habe das der Frau Krautkrämer-Märkt geschickt. Was war denn Ihr Thema? Mein Thema war dann am Ende Analyse der Werbeakzeptanz beim Konsum von Podcasts, dargestellt anhand von Analysen in Zusammenarbeit mit der Podcaster GmbH beziehungsweise mit podcaster.de Und bis wir aber auf dieses Thema dann am Ende kamen, das war dann schon was ganz anderes, also wir haben wirklich, ich glaube, wir haben, Gott, fünfmal telefoniert, ich habe da zigmal die Gliederung umgeschmissen, damit das dann am Ende so passt, um dann anzufangen, mal etwas aufs Papier zu bringen und man hat ja erstmal den theoretischen Teil und dann kommt aber der praktische Teil und der ist ja dann auch bei jedem anders. Bei mir war ja dann noch die Besonderheit, meine Freundin war da zu dem Zeitpunkt schwanger und dann hat sie wir das Kind bekommen, ist ja nicht nur, dass sie es gekriegt hat, ich war ja da auch noch mit dabei und dann unter diesen Bedingungen aber die Thesis zu schreiben, war dann auch noch ganz interessant. Ich meine, die ersten Monate geht's, aber danach fängt das Kind ja dann doch mal an zu plärren und dreht sich auf den Bauch und man hat ja dann das Glück nach drei Monaten oder man kann ja verlängern nochmal um drei Monate und das habe ich auch gemacht und ich kann es eigentlich nur jedem raten, der das Fernstudium mit einer Vollzeittätigkeit macht, das Ganze zu verlängern, nicht damit man den Stress nach hinten schiebt, sondern damit man da ein bisschen mehr Zeit hat, auch gerade bei einer großen Auswertung, weil ich habe dann Daten bekommen von meinem Podcast-Hoster und ich hatte da eine richtige Excel-Tapete. Also ich hätte damit auch glatt hier mein Wohnzimmer mal zutappezieren können bei den Daten und die Daten dann zu konsolidieren, die dann auch so sinnhaft irgendwie in Zusammenhang zu bringen, dass da auch was Sinnvolles bei herauskommt. Das ist dann auch nochmal so das Stück Arbeit und am Ende, wenn man das getan hat, muss man das Ganze auch noch beschreiben. Und es sind, bei der Bachelor-Thesis waren es am Ende 35 Seiten, bei der Master-Thesis waren es 70 und die mögen gefüllt werden und wenn man da aber nur ein Kuchenrezept reinschreibt, bringt es einem ja auch nichts. Das heißt, die müssen ja auch sinnvoll befüllt werden und da braucht man halt schon Zeit. Also es war was Neues. Hatte ich so auch noch nicht gemacht. Ich habe dann auch wirklich jeden Abend hier am Rechner gesessen und habe dann diese Thesis weitergeschrieben und habe das so gemacht, wie ich das bei den Fanlay-Briefen gemacht habe. Ich habe immer gesagt, ich schreibe ein Kapitel und ich habe auch immer ein Kapitel geschrieben und dann hatte ich hier zig Bücher neben mir und hatte dann auch zig Bücher auf dem Laptop und habe dann geschrieben und geschrieben. Das habe ich immer abends gemacht, wenn Kind und Freundin schon geschlafen haben und dann habe ich hier immer gehockt von ungefähr so von neun bis Mitternacht und habe dann geschrieben. Es ist eine intensive Zeit und man ist hundemüde am nächsten Tag und man muss trotzdem arbeiten, aber es ist Zeit, die geht rum und man schafft am Ende trotzdem was. Ich habe natürlich zig Kapitel am Ende nach drei Tagen über den Haufen geschmissen und neu geschrieben und umgeschrieben und gemacht und getan, aber am Ende kam dann trotzdem eine richtig gute Arbeit, finde ich zumindest dabei raus und wenn man das gemacht hat, wenn man dieses Werk dann sieht, dann sieht man auch, dass das, was man investiert hat, dass das echt gut war und so habe ich dann die Masterthesis erlebt, also intensiv und ab und zu habe ich dann auch mal gedacht, boah, komm, schmeiß doch einfach ein Laptop aus dem Fenster, aber am Ende sah ich, dass es gut war. Ich würde von Ihnen noch mal jetzt gerne wissen, was vielleicht nicht so gut war oder wo Sie uns vielleicht ein paar Verbesserungsvorschläge mit auf den Weg geben. Oha, also, wenn wir mal direkt reden, also der Kurs Wissenschaftliches Arbeiten habe ich ja schon mal kurz angesprochen. Man hat in diesem Kurs eigentlich gelernt, wie schreibt man ein Exposé, wenn aber der Dozent, die Dozentin, der Professor, die Professorin für die Masterthesis dieses Exposé überhaupt nicht braucht, dann ist das ganze Ding irgendwie für die Füße und was man auch nicht gelernt hat in dem Kurs war, wie zitiere ich eigentlich richtig? Dafür gibt es den Fernlehrbrief, dafür gibt es die RAC-Richtlinien. Das Lustige ist, dass die sich ein bisschen differenzieren. Ich habe dann mit Frau Krautkrimmer ausgemacht, ich nehme die RAC-Richtlinien, die ja im Internet zu finden sind und dann gibt es ja ein Programm, was man ja auch kostenlos beziehen kann über den Rhein-Ahr-Campus, das ist Citavi und da würde ich mir wünschen, dass es zumindest mal einen einstündigen Kurs gibt, wie bedient man dieses Tool. Es ist zwar ein sehr einfach zu bedienendes Tool und ich habe auch eins, zwei Mal mit dem Schweizer Support darüber geschrieben, weil es ja ein Schweizer Programm ist. Sie wissen nicht, dass ich Schweizerin bin, ne? Bitte? Sie wissen nicht, dass ich Schweizerin bin. Sie sind Schweizerin? Ja. Nein. Genau. Jetzt wissen wir da auch, wer dieses Tool gemacht hat, oder? Richtig, die Schweizer waren. Ach, guck an, auch nicht schlecht. Mhm. Nee, ich habe mit denen geschrieben und sie haben mir auch wirklich sehr, sehr schnell geholfen. Innerhalb von ein paar Stunden kam die Antwort. Und man kann in diesem Citavi-Programm, kann man einen eigenen Zitierstil bauen. Es gibt da diverse Stile, die sind vorgegeben und man kann einen eigenen bauen. Ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe auch einen eigenen Stil gebaut. Einfach, damit man es einfacher hat, weil das war nämlich das Problem bei uns allen. Wir haben uns ja natürlich ausgetauscht, auch während der Thesis und haben gesagt, ja, wir wissen gar nicht, welchen Stil soll man nehmen. Zumindest für meine Marketinggruppe, weil wir uns ja dann intensiv ausgetauscht haben, habe ich das Ding zur Verfügung gestellt und habe gesagt, nehmt das Teil und dann haben wir wenigstens mal eine Basis, wo man zitieren kann. Also nehme ich die Fußnote oder mache ich es im Text? Wie sieht es denn aus bei einem Zeitungsartikel? Wie sieht es aus bei einer PDF? Wie sieht es denn aus bei... Das sind ja alles Dinge, das kommt auch aus diesen Rack-Richtlinien nicht so ganz vor. Und das ist dann so ein Problem. Dann steht man dann da wie der Ochs vom Berg und weiß nicht, ja, wie zitiere ich denn jetzt? Und dann fragt man dann ständig seinen Dozenten, ist ja auch nicht gerade sinnvoll, wenn man den damit irgendwie zuballert mit den Mails. Und da haben wir dann gesagt oder habe ich gesagt, komm, dann baue ich das Ding einmal zurecht und wenn sie wollen, schicke ich es ihnen, dann können sie das als Standard implementieren, wenn sie Lust haben, weil das ist nach den Rack-Richtlinien nämlich komplett gebaut. Aber so ein Kurs, Citavi ist nicht schlecht, vielleicht nochmal den Kurs überarbeiten, wissenschaftliches Arbeiten, das wäre ganz gut. gut, aber ansonsten, es waren die Anfänge von Corona, was will man da groß machen? Und dann gab es die Kurse wohl für die Professorinnen und Professoren, wie halte ich denn so einen Kurs überhaupt online? Und da hat jeder dann seinen Stil gefunden und da muss ich sagen, das war eigentlich echt gut und da gibt es eigentlich so nichts zu verbessern, weil auch die ganze Kommunikation, so jetzt mit Ihnen, Frau Külzhammer, oder mit den ganzen Dozentinnen, mit den ganzen Professoren, mit Ihnen, Herr Mühlenkott, oder dann auch mit Frau Krautkremer, mit Frau Dr. Sani, mit Herrn Graumann, mit Herrn Sell und wie sie alle heißen, das war eigentlich immer sehr positiv und immer auch sehr schnell beantwortet. Also da gibt es jetzt nichts, was man verbessern könnte, mal ganz ehrlich. Ja, vielen Dank auch für den Hinweis mit den wissenschaftlichen Arbeiten. Also man muss eins dazu sagen, für jeden, der jetzt zuhört und sich das Ganze überlegt, so ein MBA-Studium kostet Geld. Punkt. Entweder der Arbeitgeber gibt was dazu, der Arbeitgeber zahlt es ganz oder der Studierende, die Studierende zahlt es komplett alleine. Natürlich gibt es da ein paar Modelle, da kann man sich mit der Uni einmal abstimmen, wie zahlt man das, semesterweise einmal komplett oder wie auch immer. Ich habe mich für die semesterweise Zahlung entschieden und am Ende hat das ganze Ding gekostet, ohne jetzt die ganzen Lehrbücher und so weiter, kostet 11.000 Euro. Fakt. So. Darf man mal nicht verschweigen. Kostet Geld. Kostet Kohle. Zeit ist Geld. Fertig. Diese 11.000 Euro sind aber gut investiertes Geld, sehr gut investiertes Geld. Es hat mir jetzt einen neuen Job gebracht. Es hat mir den Podcast gebracht. Es hat mir diverse Gespräche gebracht. Es hat mir Türen geöffnet, ohne Mist. Und da muss ich sagen, da ist es wirklich sehr gut investiertes Geld. Und am Ende, für diejenigen, die es nicht wissen, man kann das Studium auch immer noch von der Steuer absetzen und kriegt ein bisschen Kohle zurück. Ja, also am Ende kostet es nicht 11.000 Euro, weil man kriegt ein bisschen was von der Steuer. Also das muss man einfach wissen und was man auch noch wissen muss, ist, man muss sich auch noch eventuell weiterführendes Material kaufen, Bücher kaufen. Ganz einfach. Oder man leiht die sich aus oder man kauft die auf Momox und Rebuy, Medimops, wie auch immer. Muss ja nicht immer die neuen Bücher sein. Man kann ja auch gebraucht kaufen. Ja, wobei das unser, wenn ich da nochmal eingreifen darf, das ist unser Anspruch, das möglichst zu reduzieren. Weil da haben wir unsere unsere Lehrbriefe für und haben immer so das Ziel, dass im Grunde zusätzliches Material eigentlich der Thesis vorbehalten ist. Und wir hoffen zumindest, also das ist der Anspruch an unsere Lehrbriefe. Es war auch so. Ja. Es war auch so. Also es ist jetzt bei mir wirklich nur die Besonderheit gewesen, weil ich halt derjenige bin, der halt immer so in die Tiefe gehen möchte. Und da habe ich natürlich viele Marketingbücher noch gekauft. Jetzt wenige Bücher innerhalb der Semester, sondern auch wirklich, wie Sie gerade gesagt haben, bei der Thesis. Weil ich hatte das Podcast-Thema. Natürlich wird Podcast jetzt nicht behandelt im Studium. Warum sollte es auch? Da habe ich natürlich, ich glaube, sechs oder sieben Podcast-Bücher geholt und noch hier ein Buch und da ein Buch und tralala. Und am Ende hat man aber trotzdem ja noch Zugang zum Springer Verlag bei Ihnen online und kann sich da ja zig Bücher runterladen und da nachschlagen, wenn man irgendwas wissen will. Und wenn man gar nicht weiterkommt, kann man ja trotzdem bei Ihnen anklingeln und kann sagen, könnten Sie mir gerade mal den Passus aus Ihrem Lehrbrief erklären. Also es sind ein paar Bücher, die ich gekauft habe. Also wer da weiterführendes Material haben möchte, der kann natürlich sehr gern in seiner Buchhandlung des Vertrauens noch ein Buch kaufen. Aber es ist kein Muss. Der Lehrbrief reicht aus. In der Regel. Okay. Ja, das war schon sehr interessant für uns nochmal aus Sicht eines Absolventen. Das sind ja eigentlich für uns immer ganz wertvolle Quellen. Wir evaluieren ja relativ viel, aber jetzt nochmal etwas zu hören von einem Absolventen. Das ist schon mal sehr wertvoll für uns. Ich meine, Sie sind unser Kunde und der Kunde hat immer das letzte Wort. Was würden Sie vielleicht unseren potenziellen Studierenden noch auf den Weg geben, die sich dafür interessieren? Ich bin Kunde. Das hört sich auch gut an. Ich bin ja Kunde. Wer sich dafür interessiert, einfach diese Infoveranstaltung besuchen, ob die jetzt in Präsenz ist oder digital. Einfach informieren. Wenn eine Frage ist, stellen. Ich glaube, es ist keine Frage bei mir immer unbeantwortet geblieben. Im Gegenteil. Es gibt viele Tools, die der Rhein-A-Campus benutzt. Es gibt die OLAT-Plattform. Dann gibt es da noch, man kriegt ja auch eine eigene E-Mail-Adresse. Das darf man vielleicht auch mal nicht verschweigen. Und man hat als Student natürlich ein paar Vorteile. Man kommt irgendwie günstiger ins Schwimmbad und kommt günstiger in Office 365 und so weiter und so fort. Und da ist das schon echt ein Vorteil. Also man hat viele Tools und es wird immer weiter ausgebaut. Und wenn man eine Frage hat, einfach fragen. Und am Ende ist es so, es muss eigentlich ein jeder für sich selber wissen, ob er so ein Studium macht oder nicht. Und wenn er es macht, durchziehen. Also wirklich Arschbacken zusammenkneifen und durchziehen. Es kann immer mal irgendwas sein. Dann lieber mal ein Urlaubssemester einlegen. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Man kann ein Urlaubssemester einlegen. Man kann mit der Uni reden. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden am Ende. Ich habe selber, ich habe ja noch meinen Sohn gekriegt. Mein Sohn wurde geboren in der Zeit der Masterthesis. Und das war wirklich schwer. Ich weiß, von einer Kommilitonin hat er auch ein Kind gekriegt. Ich weiß, von einem Kommilitonen, der hat ein Urlaubssemester eingelegt wegen seinem Job. Das ist alles kein Hexenwerk. Genau. Man muss auch nicht, beispielsweise, man muss auch nicht alle vorgesehenen Klausuren in der Reihenfolge schreiben, wie sie entsprechend dem idealen Studienverlaufsplan vielleicht vorgesehen ist. Da gibt es auch sehr viele Studierende, die das nutzen, die ganz von Anfang an sagen, ich muss das jetzt nicht in fünf Semestern durchziehen. Ein Wiederholungssemester kostet zwar auch 600 Euro, ist aber vielleicht im Verhältnis dazu, wie viel es mir auch an Entspannung auch dann einfach bringt oder zusätzlicher Flexibilität auch einfach wert, das zu investieren. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass man sich informiert, und das ist ja das, was Sie sagen, über die Dinge, die möglich sind und den Freiraum, der das Studium auch bietet. Ja, also ich sage mal, unser Anspruch, also der von meinem besten Kumpel und mir, war damals der, wir packen das Studium innerhalb der vorgegebenen Zeit und halten da auch jede Klausur. Und dann gab es einen Fall, da haben wir drei Klausuren hintereinander geschrieben. Danach ist man, also auf Englisch brainfucked. Ja, also da ist dann wirklich, da ist Ofen aus. Da kann man froh sein, wenn man dann noch zweieinhalb Stunden heimfahren kann mit dem Auto. Also so war es ja bei uns, weil das war das zweite Semester, glaube ich, oder das erste noch. Und das war schon echt heftig, ja, aber es haben auch manche gesagt, ich schreibe nur zwei Klausuren, zur dritten melde ich mich gar nicht an, die nehme ich dann ins nächste Semester, ins zweite oder ins dritte und wenn sowieso im dritten Semester, weil da weniger Klausuren geschrieben werden, weil man hat ja nur noch den Schwerpunkt, oder da werden ja auch Hausarbeiten geschrieben anstatt von Klausuren, dann nehme ich halt die Klausur, was war das gewesen, Prozessmanagement zum Beispiel, nehme ich dann einfach mit ins nächste Semester und schreibe die da. Das geht, ja, also die Flexibilität hat man. Und das ist auch das, was man eigentlich dann auch nochmal mitgeben muss, also man ist sehr flexibel in dem, was man tut. Und das macht eigentlich dann auch das Studium am Ende aus. Und wenn das Ding jetzt wieder Präsenz ist, das Studium, also mitunter Tipp, annehmen, die ganzen Präsenzveranstaltungen, weil man hat den Austausch, man kann nochmal tiefer in irgendwas reingehen, Block mitnehmen, Stift mitnehmen, muss man eigentlich nicht, weil man kriegt vom Rhein-Ahr-Campus so eine schöne Mappe mit Kugelschreibern einem drum und dran, endlich mal einen Kugelschreiber, der funktioniert. Und da kann man dann auch schön alles noch mitschreiben und man hat am Ende auch noch was. Und dann geht man auch schön in die Mensa und isst was, kostet auch nicht viel, war auch meistens ganz gutes Essen, muss man mal sagen, gab es auch immer noch einen leckeren Nachtisch dabei, deswegen haben wir wohl auch zugenommen, lag aber dann eher dann doch an Corona. Und es ist ja auch, also man muss mal jetzt nochmal dazu sagen, es ist ja auch noch ein schönes Fleckchen Erde, wo sie da hinten sind, in Rehmagen. Und wenn man dann, sagen wir mal so, Richtung Frankfurt fährt, da wo ich wohne, kommt man irgendwann an Montabauer vorbei und dann geht man da nochmal schön shoppen, in diesem Outlet und geht dann nochmal schön nach Montabauer in die Innenstadt, da gibt es ein Restaurant, das Ding heißt Picasso, es hat eine wunderbare Picasso-Rolle, das haben wir danach immer gemacht, haben wir immer noch sowas gegessen. Und das sind einfach dann so die Momente, die es dann ausmachen. Wie gesagt, es war schade, dass wir Corona dann hatten, weil man halt das nicht mehr hatte. Und ich hoffe aber immer noch, das können Sie mir gleich vielleicht auch nochmal beantworten, so als Gegenfrage meinerseits, wann haben wir denn unsere Abschlussfeier? Ja. Das ist eine gute Frage. Das ist ja was, was uns noch irgendwo gefehlt hat, weil wir haben alle immer gesagt, wir wollen eine Abschlussfeier haben und richtig hier mit dem Hut einmal so nach oben schmeißen und das ist so das, das hat ja jetzt auch noch gefehlt, wir sind jetzt alle fertig mit dem Studium, jetzt haben wir Januar, jetzt sind wir alle durch. Und das ist so was, dieser Gedanke, der dann noch am Ende fehlt, dieser richtige Abschluss. Ja. Und da haben wir einen Termin gefunden, Herr Mühlenkort, ne? Ja, im November, ne? Genau. Also jetzt 2023 im November? Ja, genau. Das konkrete Datum weiß ich im Moment gerade nicht, aber es ist im November und da sind wir wirklich jetzt konkret in den Planungen drin und ja, also das wird auf jeden Fall auch, das ist auch etwas, was wir vermissen, ja? Wir hatten das auch als Team, jedes Jahr, das war unser Highlight, unser Event, wir haben uns immer wirklich tierisch darauf gefreut und wir hatten ja auch immer eine tolle Lokalität, das war früher immer im Steigenberger, im Kurhaus, Saal, in Bad Neuner-Ahrweiler und der ist ja wirklich leider der Flut ganz, ganz übel, ja, zugerichtet worden, kaputt gegangen. Es ist wirklich alles, diese ganze historische Saal ist wirklich absolut kaputt und deswegen dauert auch der Aufbau da entsprechend lange, ist sowieso die Frage, ob das überhaupt in der Form wiederhergestellt werden kann. Deswegen haben wir jetzt auch eine andere Lokalität gesucht, was gar nicht so einfach ist, weil wenn man anfängt anzufragen, man möchte Absolventenfeiern veranstalten, dann sind sehr viele Anbieter sehr schnell dabei zu sagen, oh nee, also bei uns eigentlich nicht. Meine Stühle sind mir heilig, lass mal. Genau, so und dann sagen wir immer, bei uns ist das aber immer gediegen und schön. ja, wir haben jetzt was gefunden und freuen uns auch wieder da drauf und das wird dieses Jahr noch stattfinden. Ah, ist zwar November, ist mir aber egal, ich komme sehr gerne wieder nach Rehmagen, um einfach mitzufeiern, weil das ist noch so was, ich habe mich immens gefreut, als die Urkunde kam, als die Urkunde kam, als ich die in der Hand hatte, als ich das gelesen hatte, dann dachte ich so, und jetzt aber noch so ein Shampoos oder sowas. und dann noch mal so ab nach oben geschmissen, den Hut und dann mal so richtig mitgefeiert. Das ist so was, was noch fehlt, aber dann freue ich mich auf November. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es in dem Moment. Ich hoffe, ich konnte meine Hörerinnen und Hörer oder einen davon zumindest inspirieren, ein Studium anzufangen am Rhein-Ahr-Campus, wird sich echt lohnen. Frau Külzhammer, Herr Prof. Dr. Mühlenkort, vielen lieben Dank, dass Sie heute Gast beziehungsweise, dass ich Gast in meinem eigenen Podcast war und dass wir über die Zeit im Rhein-Ahr-Campus gesprochen haben. Danke, danke, danke. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, wir haben uns auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns im November. Wir sehen uns im November. An meine Hörerinnen und Hörer, wie sieht es denn bei euch aus? Plant ihr denn ein Studium? Habt ihr denn ein Fernstudium schon mal absolviert? Oder seid ihr da wirklich noch in Gedanken? Wenn ja, lasst es mich doch gerne mal wissen. Schreibt mir mal in die Kommentare auf LinkedIn oder auf podcast.de oder lasst mir eine Mail da unter kevin at kevinalleinemarketing.de Das war es heute von meinem Service-Podcast. Ich könnte fast sagen, Kevins kurioser Kundenservice. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da oder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter kevin at kevinalleinemarketing.de Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.